Ich grüße euch liebe Geschwister im Glauben. Vor einer Woche sind zuerst drei Spezias namens Seelenflieger im Himmelreich in ein paar gehoben worden und dann ein paar Tage später noch mal fünf Seelenflieger. Das ist eine freundliche Nachricht und ich wollte euch nur zeigen, dass ihr euch ein bitten könnt von Gott, dem Himmischen Vater, dass ihr den Sonnen vom Universum in Himmelreich in ein paar geben lässt. Also schöne Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bye-bye, bye-bye. I have another show that city. Tschüss.